Hallo Leute, ich bin der Legendenkiller und herzlich willkommen zu einem Kommentar von mir. Ja, mein heutiges Thema wird Whatsapp sein und zwar wissen ja sicherlich viele von euch, dass vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten Facebook Whatsapp gekauft hat, ich glaube für 19 Milliarden Dollar und ja, und heute habe ich mitbekommen, dass Facebook die Benutzerbedingungen von Whatsapp geändert hat, natürlich zu ihren Gunsten, denn viele von euch wissen sicherlich oder haben schon immer vermutet, dass Facebook die ganzen Chats und so mitliest, so NSA-Style und ja, jetzt haben sie das Recht in den Benutzerbedingungen eingefügt, wie auch immer, dass sie das sogar dürften und zwar können die jetzt eure Texte und eure Fotos mitlesen und auch weiterverkaufen und zwar können die jetzt einfach, wenn ihr irgendein Foto von euch postet, dieses Foto dann nehmen und an eine Werbeagentur weiterverkaufen. Das heißt, wenn ihr einfach mal ein Foto macht, wie ihr, ähm, was weiß ich, bei McDonalds seid oder so, dann könnt ihr dieses Foto, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel McDonalds, dann könnt ihr das Foto, wie ihr bei McDonalds seid, könnt ihr dann zum Beispiel an McDonalds verkaufen und ihr könnt dann einfach mit euch werben und ja, ihr kriegt kein Geld dafür und seid dann auf vielen Plakaten, was für manchen wahrscheinlich kein Problem sind. Manche freuen sich sogar vielleicht, wenn die da bei McDonalds oder für McDonalds Werbung machen können, aber denkt doch mal nach. Nehmen wir mal an, ihr macht irgendein Foto von euch, wie ihr im Deutschland-Trikot da hängt, weil jetzt ist ja bald WM. Nehmen wir einfach mal als Beispiel Deutschland-Trikot. Ihr macht ein Foto von euch im Deutschland-Trikot und schreibt, ich freue mich schon auf die WM, hoffentlich gewinnt Deutschland oder sowas, dann können die zum Beispiel dieses Foto nehmen und an die NPD verkaufen und die NPD werbt dann mit euch, wie ihr da im Deutschland-Trikot steht, für Stimmen zum Beispiel jetzt für die Europawahl. Auch wenn die Europawahl jetzt schon, ne die kommt jetzt glaube ich Sonntag, aber egal, die nehmen, oder zum Beispiel wenn die jetzt irgendwo Wahlen sind in irgendeinem Landkreis, dann können die das Foto von euch nehmen, was ihr einfach so zur WM geschossen habt, wo ihr in eurem Deutschland-Trikot steht und die verkaufen das dann an die NPD und machen Werbung für euch. Und ich denke mal nicht, dass einer von euch oder manche bestimmt, ich hoffe mal nicht, aber ich denke mal wenige von euch wollen auf einem Plakat von der NPD sein. Als weiteren könnt ihr auch zum Beispiel eure Fotos nehmen und für Potenzmittel werben. Dann irgendein Foto von euch und dann seht ihr auf einmal auf Facebook oder irgendeinen Freund, auf Facebook machen die Werbung dafür. Dann sehen eure Freunde wie euer Foto und dann steht da drunter, du bringst es nicht im Bett, probiere das neue Viagra aus. Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr hättet doch zur Lachnummer in der Schule oder manche machen auch auf der Arbeit, wenn man dann auf einmal für Potenzmittel, wenn man dann das Gesicht von einem benutzt wird, um für Potenzmittel zu werben oder auch für Inkontinenz oder sowas. Genauso können eure Fotos auch für Porno-Webseiten benutzt werden und dann machen die zum Beispiel ein Foto, wo ihr mit eurem Freund posiert und so Peace-Zeichen oder sowas oder manche machen auch betrunken, so ein paar schwule Szenen. Und dann werden diese Fotos einfach genommen und dann zum Beispiel für eine Schwulen-Porno-Seite oder für Schwulen-Treff, was weiß ich, was es da alles gibt, ne. Einfach so benutzt und dann seid ihr auf einmal auf einem riesengroßen Plakat und macht Werbung für Schwulen, NPD oder Viagra und ich denke mal, das wird wohl den wenigsten Leuten gefallen, sowas für dem Gesicht zu werben oder mit seinem Gesicht für sowas zu werben. Aber die dürfen, wie gesagt, nicht nur die Fotos, auch die Texte verwenden und dann können die zum Beispiel, wenn ihr irgend so was schreibt wie, boah McDonalds ist voll geil, McDonalds schmeckt super, können die diesen Text für Werbe also verkaufen, auch zum Beispiel an McDonalds wieder und dann können die das als Werbetext, so als Zitat sieht man schon manchmal ja bei Games, wenn die irgendwelche Zeitungen zitieren, Fall of Duty Goes, bestes Spiel ever oder Battlefield 4, bestes Spiel, der Spiegel oder was weiß ich, GameStar, was weiß ich, was es für Zeitungen gibt, die dann einfach so zitiert werden. Und das kann jetzt auch in euren privaten Chat, was ihr einfach an Freunden so schreibt, schreibt ihr zum Beispiel irgendeinem Freund von euch so aus Scherz, ja, 7 Days to Die, bestes Spiel ever. Dann könnt ihr dann euch zitieren und dann Werbung für 7 Days to Die machen und ja, und ihr habt dann auf einmal Werbung für 7 Days to Die gemacht. Des Weiteren können die auch, wenn ihr jetzt ein Foto an irgendeinen Freund schickt oder ein Video, noch mal nicht nur Fotos, es gibt ja auch Videos, schickt irgendeinem Freund ein Video, irgendwas lustiges, aber ihr besitzt keine Rechte, was euch nicht interessiert, weil ihr es ja nur an einen Freund schickt. Wenn Facebook jetzt dieses Video oder dieses Foto nimmt und jetzt einen Dritten weiterverkauft an irgendeine Werbeagentur und die damit werben, aber die besitzen keine Rechte dafür und der Typ, der dann die Rechte für das Video oder das Foto besitzt, könnte dann ja die Firma verklagen darauf, dass sie ja keine Rechte für das Video oder das Foto haben. Und ja, die werden dann die Schuld auf Facebook weiterschieben oder Facebook verklagen, ich weiß nicht, wie das da genau geregelt ist. Und Facebook kann dann die ganze Schuld auf euch abweichen, weil ihr ja Drittanbieter einfach so, also Fotos von Drittanbietern einfach an eure Freunde geschickt habt und die, obwohl ihr einfach, was weiß ich, eurem Onkel, euren Freunden einfach nur so zur Belustigung geschickt habt, könnt ihr euch dann verklagen, weil ihr Fotos fast geschickt habt, zu denen ihr keine Rechte oder von denen ihr keine Rechte besitzt, obwohl ihr, ja, wie gesagt, einfach nur aus Spaß irgendeinem Freund irgendein lustiges Foto schicken wollt und schon, schon habt da, ähm, ne Klage am Hals. Es ist echt krass, wie Facebook sich da das Recht rausnimmt, ähm, so was zu machen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin echt am überlegen, ob ich mir vielleicht einen anderen Messenger zulegen werde, denn es gibt ja viele Alternativen. nur WhatsApp ist halt, wie gesagt, der beliebteste von allen und dann müsste man ja auch, weil seine ganzen Freunde dazu kriegen, ähm, einen anderen Messenger zu nutzen und da es ja so viele gibt, müsste man sich mit seinen ganzen Freunden auch immer einigen, welchen man benutzt. Ähm, es gibt ja paar kostenlose, es gibt auch paar, äh, ja, Messengers, die man bezahlen soll. Streamer oder wie man das ausspricht, soll ja ein nicht schlechtes sein, die werben wir immer mit, äh, guter Verschlüsselung, das haben auch ein paar von meinen Kollegen. Bin auch am überlegen, mir das zu holen oder auch einen anderen Messenger zuzulegen, denn, mal ganz ehrlich, ich glaube, keiner von uns will von NPD, Schulen, Pornos oder sowas, ähm, Werbung machen. Aber, das sind ja nicht nur die Fotos, Dings, auch die Audiodateien, die ihr schickt. Wenn ihr einfach schreibt, irgendeine Audiodatei, ähm, an einen Freund schickt, zum Beispiel, äh, McDonald's, voll ekelhaft, KFC, Beste, dann können sie diesen Slogan zum Beispiel im Radio benutzen, weil die können ja nicht nur, ähm, Plakate machen, die können ja auch Werbespots machen. Ich glaube, in dem, äh, Artikel, den ich gelesen habe, stand, in allen Medienkanälen weiterverbreiten. Das heißt, es sind ja nicht nur Poster, das sind ja unter anderem Poster, die können Plakate machen, die können auch, ähm, Radio, Radiospots machen. Seid denn Bacher Müsli, äh, kennt, kennt vielleicht viele von euch, ähm, oder TV-Werbespots. Ja, TV-Werbespots zum Beispiel für die NPD, ich weiß auch nicht, aber ich komme einfach nicht darauf klar, wenn mein Gesicht für die NPD werben würde. Dann machen die einfach irgendein Dingens, irgendein Foto oder erzählen, ja, schöne Deutsche und dann zeigen die einfach mit einem Werbespot, äh, Plakat, euer Gesicht und stellt euch mal vor, ihr habt dann, ähm, ihr geht abends irgendwie aus und irgendjemand, äh, Ausländerisch soll jetzt nicht, äh, rassistisch sein, aber es sagt man ja, Ausländer erkennt euch und, äh, die verprügeln euch dann, nur weil Facebook da eure, ähm, euer Gesicht für genutzt hat, also ich finde das echt eine krasse Sache, was die da für Rechte haben und dass das alles auch noch legal ist, aber soweit ich das mitbekommen hab, äh, hat Facebook von diesem Recht noch nicht Gebrauch gemacht, aber wer weiß, vielleicht sammeln die auch einfach nur, ähm, die Daten von, äh, vielen Nutzern, bis sie viele haben, viele Daten, viele Fotos, werden sie dann weiter verkaufen, ich hoffe mal, dass sie es nicht tun werden, tun werden, machen werden und, ähm, ganz ehrlich, ich glaub auch, oder ich hoffe mal, dass Facebook auch die Vernunft hat, das nicht zu machen, weil ich glaub irgendwie nicht, dass sie es machen werden, aber wie gesagt, sie haben theoretisch das Recht dazu und, ähm, da das eh nur die wenigsten von euch wissen oder zumindest ging's mir so, ich hab's auch heute erst erfahren, wollte ich euch mal mit diesem Video auf diese Zustände aufmerksam machen und, ähm, ich hoffe mal, ich hab euch so einen Denkanstoß gegeben, dass ihr mal ein bisschen nachdenkt, was die alles mit euren, äh, Daten machen können und dass man sich halt, wie gesagt, immer so sicher fühlt, wenn man zu Hause sitzt und das ist ja nur das Internet und da gibt man ja keine Daten, denkt man immer, man gibt nicht so viel von sich Preis, aber man gibt doch mehr Preis, als man manchmal denkt und, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und im Hintergrund habt ihr übrigens, habt ihr sicherlich schon alle gemerkt, ihr Gaming-Experten, ein Call of Duty Ghost Gameplay gesehen und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe mal, wie gesagt, dass ich euch einen Denkanstoß gegeben habe. Ciao!